Schon gut. Und das hier? Kann ich das machen? Wenn ich mal ein paar Pfeile herstelle. Pfeile, Steinpfeile, zack und go! Geht! Pro Pfeile, äh... Ja, Pro Pfeile geht aus der Batterie 1,3 Ampere Stunden raus. Die Batterie ist jetzt schon wieder leer. Geil! Aber es funktioniert! Mach dir nichts! Mach dir nichts! Ist doch egal, geht super schnell jetzt nur zum Test jetzt hier. Mach dir nichts! Das ist ja nur der Anfang, weißt du, was ich mein? Das ist ja nur der Anfang! Ich brauche eh die Pfeile jetzt zum, ähm... Zum losgehen. Geil, Mann! Okay! 200 Watt und der produziert 1000. Ich würde die kleinen Akkus sogar weg, oder wegnehmen. Damit er die nicht lädt. Was meinste? Die sind zu schwach einfach. Ich nehm die mal weg, die kleinen. 120 kann er laden. Habe ich vor ca. 5 Minuten gesagt, sollen wir die Autobatterien rausnehmen? Achso, ich wusste nicht welche gemeint sind. Ich dachte die Autobatterien sind die Stärken. Genau, und ich habe gesagt, nee, nee, laden, lass den doch laden, sorry. Haben wir es falsch verstanden, alles gut. Oh nein, ich hab dann akustisch... Das sind die Autobatterien, okay, okay. Dann... Oh, bitte lass nicht diesen Tag kommen, hä. Ich will mal in Ruhe was machen. Wo muss ich hin? Wo ist die Industrie? Wo ist die Industrie? Wo ist die Industrie? Was will mein Schar wieder hier haben? Kohlenhydrate... Ich glaube, wir müssen mal kurz... Wir müssen schlafen, oder? Oder ich mische mich hier vor. Genau, oder? Erstmal trinken was. Ganz entspannt was trinken hier. Das ist leer. Das nehm ich mit. Und das trinke ich hier. Ein bisschen was essen. Hier nochmal. Bisschen Hundefutter. Die Hot Chili Dinge lasse ich da für den wilden Tag. So, Sauberkeit ist auch so ne Sache. So müsste ich mir so ne Flasche schnappen. Und mich waschen. Die sind leer, das passt. Boah, das ist total geil mit dem Strom so. Eigentlich schon gut gelöst. Aber hast du von Anfang an recht gehabt mit dem Laden? Was? Brauch ich doch. Ne, nicht du. Hera! Ahja, irgendwie passt. Logisch hätte ich jetzt schon gesagt. Ja, ja, mit den Batterien ja. Das ist das Aufreden von deinem Strom nimmt. Aber das mit dem AOE hätte ich nicht gedacht. Also das ist halt, wrong. Okay. Wie stark sind denn die Batterien? Was haben wir denn da? Die 120 gibt es stärkere? Gibt glaube ich Industrie. Die haben glaube ich 180 oder 220. Oh. Aber ich glaube die Christel. Ich glaube die sind aber glaube ich Handler only. Die meine ich hätte ich mitgekriegt. Oh, okay. Ja, aber welcher? Ja, ich schätze mal random oder? Je nachdem. Ja, jeder Handler hat das sein festes Ding. Aber wo soll ich denn schauen? Wo ist denn hier Industrie? Flughafen? Sind da Batterien? Flughafen sind immer so blöd. Das ist immer so Riesengebiet hier. In der Küche. Im Ofen. Ne, Ofen ist ja... Wo könnte man noch sowas finden? In den Häusern. Also Flughafen glaube ich ist zu wenig. Also, äh genau. Ich muss erstmal die zwei Rucksäcke mitnehmen da. Die sind ja leer. Und hier ist ja noch Sprit. Warte mal. Ich habe ja extra zwei Rucksäcke ausgeleert. Und... Ich lasse diese... Stahlhacken lasse ich da mal kurz. Ich lasse meinen Rucksack. Tue ich mal kurz rein. Ach, falsch geklickt. Hier. Auf den... Welche Teile kommt da hin? Hier. Die zwei glaube ich sind leer. Genau. Ne, die sind eigentlich in... Die, die da oben drin sind meine ich. Hätte ich alle bis auf einen der schwarzen komplett leer gemacht gehabt. Ich... Ich habe gerade eben zwei leer gemacht. Da waren ja die Sachen drin. Komplett geleert. Und das hier. Einmal. Die waren noch ein bisschen drin. Bisschen T-Shirt. Bisschen irgendwelche Teile. Das war nicht ganz leer. Das war nicht ganz leer. Oh. Okay. Aua. Loll, ich stehe hier beim Einzug auf den Scheiß schweinig an. Hallo. Ich kann auch keine Waffe nehmen. Ich habe keinen Lucksack, nichts mehr. Heldpferd, es tötet... Was... Also... Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich will nur kurz was umladen, da kommt so ein Scheiß. Ich habe auch jetzt... Ähm... Wenn du möchtest, kannst du mit dem Messer... Das hier... Schwein immer... Besser ist in dem Teil drin. In der Werkbank. Verwenden. Einmal. Zweimal. Die sind leer. Militärrucksack, Militärrucksack. Gibt es noch einen Militärrucksack? Zufällig. Gibt ganz viele Militärrucksäcke. Es sind nur Militärrucksäcke hier. Ah ja, hier sind noch ein paar kleine Sachen drin. Wenn wir die Sachen ja eh hier rausnehmen... Dann können wir sie auch hier kurz rein tun. Ja, aber das ist zu viel. Ja, okay. Komm, da ist jetzt im Scheißrucksack drin. Gibt es zu viel drin. Schade. So, einen anderen. Der ist... Ja, okay. Da ist nur so eine Hose drin. So, mehr passt da nicht rein, ne? Sechs Rucksäcke, mehr passt nicht rein, gell? Das kann man nicht machen. Okay. Du solltest halt deinen Rucksack im Auto lassen, einen leeren Rucksack anziehen und wenn du den voll gelootet hast, gegen einen anderen Rucksack im Auto tauschen. So, dass du dann am Ende deinen Rucksack erst anziehst. Zum Vollmachen. Und wenn der voll ist, dann würde ich aufhören. Meine Gesundheit sinkt. Ach, nicht schon wieder. Ich bin fast tot. Fuck, fuck, schnell. Hey, das kannst du dir nicht vorstellen. Einmal so eine kurze Angriffe. Was, was muss ich machen? Salbe, verwenden. Oh nein, ich habe vorhin so viel... Hä, das ist gar nicht mein Rucksack, oder was? Der ist leer. Warum ist mein Rucksack leer? Wo sind meine Sachen? Hallo? Auto? Kann ich ins Auto zugreifen? Ist das Schwein jetzt tot, oder nicht? Das Schwein ist tot, aber ich bin auch gleich tot. Ich brauche irgendwas zu... Salbe, irgendwas zum Leben, irgendwas. Scheiße. Muss man wieder pennen, oder so ein Scheiß? Ey, das ist ja mit dem Ding krass. Äh, Alkohol, Salbe, hier. Boah. Ich kriege mich nicht mehr hoch. Ich habe nicht mehr so... Mein Rucksack ist leer. Vielleicht war der ja auch leer. Magen-Tabletten, Leben plus eins, egal. Irgendwas. Was ist hier? Magen-Tabletten. Ich leg mich kurz hin. Ich werde eh sterben. Legst du dich auch kurz hin? Geht nicht. Kein Lebens... Sonst bin ich auch tot, weil ich keine Nahrung in mir habe. Da ich die ganze Zeit hacke und alles verbrauche ich halt massiv so viele Sachen, dass ich kaum mit der Herkunft... Das wird eh nicht reichen bei mir, weil ich habe zu wenig Leben. Probieren. 26. 25. 24. Ich habe vorhin so viele Sachen zum Hochheilen gehabt, jetzt habe ich gar nichts mehr. 21. 20. 16. 23. 31. Boah, geklappt. So mehr kannst du nicht, oder? Ne, geht nicht, weil ich habe rote Sachen und dann schmeißt du dich auch aus dem Bett raus. So, danke dir. Du hast zumindest überlebt. So, was brauchst du jetzt? Was muss ich denn machen? Pflanzen oder was? Ja, ich brauche Pelz oder so ein Kram am besten. Ich habe nur Tee. Aber das Lustige ist, mein Rucksack ist leer komplett. Habe ich den leer gemacht, oder? Ist er auf einmal leer gelootet worden? Also, hast du schon mal einen Rucksack ins Auto getan und dann kam zurück leer? Dein eigener? Äh, bist jetzt nicht. Sicher, dass du den richtigen Rucksack hast. Ich habe Militär, Militär, Militär. Ich habe halt den nicht. Ja, habe ich den richtigen. Weil ich habe als einzige den großen Rucksack. Wanderrucksack. Der ist halt schon fast kaputt. Ja, ist der richtige. Ich weiß doch nicht, ob ich was drin gehabt habe, oder wie. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ist doch nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja alles gut. Ich habe hier... Pilze. Aber echt, was brauchst du denn genau? Was will dein Charakter? Pelze wäre nicht schlecht. Dann kann ich zumindest die Pelze... Hier gibt es... Hier gibt es Kohlenhydrate und Proteine. Was brauchst du denn? Ja, am besten drei oder vier Pelze. Und bei dem Essen hier? Ist das nicht gut, oder was? Ich habe mich auch eben hochgegessen, bevor ich los wollte. Ich mache dir mal so eine Pilzsuppe. Ich habe jetzt nur einmal Wasser dabei. Ich kann ja hier auch auftanken wieder neben uns. Du verträgst es ja. Ich schmeiße das dann direkt hin. Bitteschön. Einmal. Keine Ahnung, was das gelandet ist. Ich hoffe, das kann man tun. Ich schmeiße den nochmal hin. Bitteschön. Ich schmeiße den nochmal hin. Neue ist die Woche. Nix, alles viel gehabt. Operation geht weiter. Ich weiß es nicht genau. Diese Wochen ist ja noch Diablo. Nächstes Jahr auch. Keine Ahnung. Was sagt die Punkt TXC-Datei? Brauchst du noch Gemüse? Eine würde ich noch nehmen, dann bin ich wieder relativ safe. Okay, dann hier bitteschön. Gönn dir. Süßte. Geht doch. Und ich muss irgendeine Möglichkeit finden, mich hochzuhalten. Ich habe halt keine Gesundheit. Ich gehe nicht mit 30. Ich habe hier los. Ich kann mich kurz so hinlegen. Ich muss einen Schluck trinken hier. Ich schaue den Detection gleich an, oder? Aber eigentlich habe ich ja eh was. Ich brauche soweit. Die ganzen Dinge. Die ganzen Survival weiter. Wie am Sonnerstag. So. Achso, du legst dich hier mit hin, okay. So. Was war denn der Detect-File, oder? Da habe ich viele Sachen nicht dazu getan, irgendwie. Ich habe so viel geschrieben. Ich muss mal suchen. Games, Apple, Zock, März. Ähm. Ähm. Was haben wir denn? 20 ist er schon? Äh. Golf am 24. PGA Tour. Ja, hast du das ja sogar aufgeschrieben. Am 10. 3. Big Ambition. Ja. Ja, das ist dieses, was du gesagt hast, gell? Hm? Habe ich ja schon notiert gehabt. Ja. Das habe ich nachher dann auch gecheckt. The Last of Us würde ich auch gerne mal angucken. Vielleicht hole ich mir das auch. Ich habe das ja schon zweimal gespielt auf der Playstation. Small würde ich vielleicht auch holen. Was sieht man das alles da? Ach ja. Das andere kenne ich nicht. Souls-like. Achso. Hä? Was ist denn das? Tainted Grey? Tainted Grey irgendwie, keine Ahnung. Ist das über Steam? Ja, müsste alles über Steam sein. Normal habe ich, schreibe ich dazu, wenn es Game Pass oder so ist. Oder wenn es spitzt. Irgendwas ist auch speziell epic, aber das habe ich von gestern zuzuschreiben. Boah, guck mal was es ist. Was soll jetzt sein? Ah, hier Golf, Mann. Entschuldigung. Hier und zwar ist da das... Oh, das passt ja gar so weiter. Hast du, ich habe gestern mal geguckt, hast du Wolken? Oder Vulkane? Wolken? Oder wie das geschrieben ist. Das Wolken, das... Das, ähm... Wo ich damit spiele, ist sowas wie Diablo, aber irgendwie kam es nicht dazu. Weil irgendwie war das immer sehr, sehr komisch von der Bewertung oder von den ganzen Sachen. Das muss er ja jetzt mal angeholt für 10 Euro. Oder unter 10. Da weiß ich ja nicht, ob du das spielst, nachher kaufe ich's dir wieder, dann hängt's wieder 5 Jahre in dein Postfach. Ja, also... Ich wollte's damals zocken, aber... Ich weiß nicht. Es kommt jetzt Diablo 4 sowieso, oder? Das ist doch dann... Nee, hat sich doch noch erledigt. Das ist ja fast wie Diablo, oder nicht? Meine Bienenruhe? Bitte? Nö, nö, der Fuzzi hat meine Bienen fast zerstört. Nö, also es ist ja jetzt dann eh Diablo. Wird sich gar nicht lohnen, schau mal. Ist dann einfach durch Diablo ersetzt, fertig. Damals war ja so... Die sollen irgendwie ein neues Endgame-Add-on oder DLC rausgebracht haben? Also ich hab's damals auch nur 10 Stunden gespielt. Ich hab's gar nicht, ich wollte es aber... Irgendwann gab's so viele Fehler, dann hab ich überlegt und geschaut, hab ich was anderes, glaub ich, gezockt und dann war's dann eh entfernt. Nee, also... Das ist dann außerdem genau was für mich in No-Go, weil es keine Controller-Steuerung gab. Stimmt, deswegen... Zunächst mal probiert. Es gab nur teilweise Controller-Support. Also lieber nicht, weil ich mit Maus das Uhr ja nicht zurechtkomme. Wegen der Steuerung. Sonst sehr gerne. Die Irene spielt hier, wie auch immer das ist. Ich hab das Game auch schon mal gespielt, aber... Ich hab's jetzt mal wieder runtergeladen gehabt. Alle Charaktere... Ich hatte zwei Stück, die sind irgendwie Max-Level, haben irgendwie alle das gleiche an. Und haben irgendwie alle Skills und so auf Max-Level und so. Ich schätze mal, dass die das irgendwie gemacht haben für die, die vorher schon gespielt haben oder so. Dass sie da irgendwie die Charaktere hochgesetzt haben oder so im Kram. Keine Ahnung. Oder angeglichen oder was? Okay. Kann auch sein. Also... Ne, wo du... Da mach mal Diablo 4. Ein so ein Genre reicht mir. Das ist generell nicht so mein Genre. Und ich versuche auch bei Diablo den Spaß zu finden. Aber da werde ich ihn vielleicht finden, wenn wir vielleicht mit zu zweit oder so spielen. Keine Ahnung. Oder zu dritt. Alleine war echt doof. Alleine war echt doof, sag ich ihm. Bevor ich gehe, wollte ich nochmal hier schauen wegen Sprit. Ein bisschen Sprit rein tue hier. Okay, hier läuft ja gar nichts mehr. Okay, klar. Ich tu jetzt mal so ein Ding da rein. Hier. Zehn Liter. Energie. Der läuft ja noch. Der lädt ja noch gut. Natürlich noch ein bisschen Holz rein. Er hat gerade zu glücklich dabei. 64 Ampere ist schon. Ich finde es irgendwie entspannt zu wuseln hier bei diesem Spiel. Also wie sagst du, ähm, hier Herathas, ähm, ich muss immer ein Slot fein lassen für meinen, dann tausche ich immer, gell? Am besten. Am besten. Am besten lässt du deinen in den Wagen drin und nimmst die anderen eher zuerst, sodass er, wenn du den letzten ausziehst, deinen wieder anziehst, hätte ich fast gesagt. Ja, genau. Das klingt sehr gut. Ich suche noch einen Militärfuzzi hier. Einen Wagenrucksack muss ich auch gleich. Es gibt so viele. Welche ist denn noch hier leer? Der ist leer. Nimm ich einfach den. Ferdig. Durch den großen Rucksack. Da rein. Ich werde jetzt eh nicht so viel looten, dass es viel zu viel, ähm, Zeit sind. Wollen wir mal schauen. Nur zur Option, also zur Option hätte ich halt. Wo ist denn das jetzt hier? Es ist so schwer manchmal das zu finden. So. Kann ich den nehmen? Ich tu den großen jetzt mal, ähm, noch rein. Hier. Dass wir was anderes haben. Okay. Ausrüsten. Jetzt rechte Mauste. Ich... Man kann nicht... Gleich... Es wäre total geil, wenn man direkt ins Auto tun könnte, den Rucksack. Nicht über den Boden. Man kann doch ein echtes auch ablegen, der Rucksack, oder nicht? Also, danke nochmal, Voodoo, für's Angebot, aber... Ne. Diablo reicht, würde ich sagen. Leck mich. Und ich freue mich auch schon auf Achilles. Ich hoffe, es wird echt fertig. Weil du würde ich schon... Ich muss sagen, das hat... Also, ich habe zumindest... In Erinnerung habe ich das viel besser als... Also, ich fand das vom Spielprinzip ja cooler als Diablo, muss ich sagen. Damals. Das war noch das Spiel hin. Also, du bist ja nicht gezwungen, das leicht einzustellen. Ja. Und wenn du schwer ein... Also, das normal einstellst, sage ich jetzt mal, dann hast du ja auch mehr Loot oder mehr Punkte kriegst du ja viel Skill. Du meinst du nicht schwer einstellen, oder was? Naja. Wenn du es so lässt, wie es damals war. Da muss ich jetzt schauen, ob ich die Geduld dazu habe, aber es ist ja okay. Wenn man das... Wenn man jetzt ähm... Es aussuchen kann. Aber ich war damals schon ein Teufel. Ich habe mich wirklich gequält gehabt. Ich habe mich wirklich gequält gehabt. Damals. Anfang immer besser als Slime. Ja. Und ich habe... Wurde auch belohnt. Ich habe es geschafft. Hier gelaufen, viel gequält, aber hat geklappt. Ich bin wahrscheinlich voll. So. Dann bin ich schnell Pipi und dann geht's los. Da-dam! O Moon úl. O Moon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will jetzt nicht gegen alle Zombies kämpfen hier, lass mich doch noch mal in die Rüge gehen. Ach, hier sind aber schon viele hier. Scheiße, mein Bogen ist auch mal kaputt. Wo das hier ist. Mal mit. Erweiterungsmagazin. Weiß nicht, solche Teile wollt ihr auch haben? Ich gar nicht. Was ist die Laute auf diesem Scheißweisen hier? Mit Metall. Scharfschützen, ja, kommt ja gut, kann ich bestimmt tauschen. Leer. Oben. Schalldämpfer. Ich brauche auch mehr alles nicht, wenn ich das wegschmeißen mit sein muss. Jacken nehme ich ja gar nicht mit oder so'n Scheiß, Freundet. Ach so, meine ist wieder so kaputt, da kann ich tauschen. Ja, meine ist kaputt, ja, kann ich tauschen einfach. Handschuhe. Weg da, einfach neu nehmen, fertig. Das ist glaube ich am einfachsten. Militärsachen, die gibt es am häufigsten. So, dann anderes Ding. So, dann anderes Ding. Das reicht doch nicht einmal außen einlaufen. Das bleibt so. Ich weiß, was das ist. Wenn man länger am Spiel ist, ist das nicht so. Ich kriege kaum Pfeile zurück. Okay. Nur noch zwölf Pfeile habe ich. Ich habe hier Waffe und Pistole. Dann fahre ich einfach gleich ein und fertig. Ich habe eine kleine Hausbatterie mit 80. Ist halt mehr als die andere, ne? Die Ordnerie ist 60. Das sind doch die 120er, meine ich. Das sind 80. Ich meine, so eine grüne haben wir oben zwei Stück drin, die geben je 120. Das ist eine kleine, vielleicht ist es eine große Hausbatterie. Da gibt es ja einfach Unterschiede und gleiches Logo. So Texte oder anders. Kann man mir vorstellen. Kann man das mal. Kann man das mal. Leeren hier. SVD. So eine die ich auch schon habe. auch kein zurückbekommen jetzt habe ich sehr viele waffen also ich könnte schon gut tauschen wir brauchen nur eine im endeffekt noch zwei noch eine erste also batterien gibt es am flughafen kaum es muss irgendwo ganz viele sind dass wir bis jetzt gesehen das gibt es gibt dann diese sachen und mass das geht gar nicht oder was auch nicht ich nehme diese ganzen autoteile immer mit irgendwann hast du ja gemein kann man vielleicht auch sie in der reparatur herstellen oder nicht nur vielleicht man kann noch besser noch besser du musst die 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 den bearbeitungstisch skillen und dann die empfindlichen teile und dann kannst du für drei autoteile das reparaturset skillen ich hoffe dass man auch teile dafür braucht dann für drei teile nur für günstig dann lernen naja ist ja oft so schön weiß militär ding habe ich auch so ein anzug hier hallo ich kann das nicht weg machen so gut dann haben wir das dann haben wir das dann tue ich hier noch den schritt hier auffüllen das ist auch weg hier sind die waffen da können wir noch mal unten waffen platzieren das brauche ich jetzt nicht das brauche ich jetzt nicht munition gebe ich nicht weg ja was solltest wir jetzt haben stoff tue ich weg so ok ich würde dann sagen flughafen ad das passt schon erstmal ich bin hier der händler ist da dass man den ausgang wieder finden hier na da sind ja mehrere so ausgänge ist ja sogar größere andere dass man einfacher durchkommt äh ne da müsste man über den zaun fahren geht das ja kracht ein bisschen hat gekracht da kracht es da kracht es ja ich werde das schon langsam ich möchte mal so eine forsch habe hier ja ja guck dann Ich ende das. So. Ich konnte schnell über die Schienen blättern. Bitte! Was? Achso, Mieze ist er. Nicht Mieze, I.C.E. Ach, I.C.E. Achso, jetzt, dass er kommt? Okay, okay. Einsteigen. Kaputt. Schade. Kaputt. Ui. Okay. So, den kann ich ja nie nehmen. Tue ich mal meinen jetzt hier weg, wo noch Platz drin ist. Haben wir Autoteile auch da rein? Achso, noch ein bisschen was rein. Das ist ja so scheißig. Dass man das halt da nicht gleichzeitig... Gibt das denn nicht, verstehe ich nicht. Hatte gar keinen Sinn. Wieso kann ich denn nicht gleichzeitig das so haben? Das Inventar und den Rucksack dahintun und mein Charakterfesser sehen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich kann doch vom einen zum anderen Autofahrnechtlaufen jetzt. noch ne.de. okay. Halt, Höhle. Zack Oh, weiter geht's So falsch eingestiegen hier Oh, 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 oh Geht's nicht weiter Ich will nicht auf so'n Boss hier treffen Das muss nicht sein Schon läuft hier ein Da sind von einem Vordermaler Ja, komm, weg ist er Exakt Der kommt, der kriegt rüber, oder? Der wird schon irgendwo rüberkriechen Irgendwann kommen Oh, drei Feile Hier hergestellt Ein Wunder What happened? Hier ist ja auch ein Schiff Na klar, ist ein Hafen Aber ich hab das letzte Mal nicht gesehen Oh, oh, Boss ist Ich muss weg Boss, Boss, Boss Scheiße, Alter Ich sag immer Boss, was ein Stärker ist Die schaff ich nicht Die schaff ich nicht Da muss ich weg Auto Falsch eingestiegen Und da Der ist gespawnt, oder was? Da hab ich nicht die Richtige Waffe dazu Für den Ne, der ist nicht gespawnt Der ist andersrum gelaufen Ja, da hab ich die Richtige Waffe dazu Da brauch ich die Vollautomatische Vollautomatische Wenn der mich ansteckt Dann bin ich RIP Schade, ich kann da nicht weitermachen Mit dem Looten Da ist so ein Starker Das schaff ich nicht alleine Und nicht mit der normalen Pistole Kleine Kumpel Ich kann mal arbeiten Ach komm Ein Schuss Und ich kann nicht Wahnsinn Immer nachladen hier Oh Was ist denn hier? Ich kann aber nichts looten hier Was ist denn das? Das ist so eine Werkbank Für uns nehme ich die mit Nichts nützliches Bis jetzt Hier noch so eine Bank Schießt du hier, oder was? Bist du hier auch hergekommen, oder? Oder was schießt hier? Ne, du bist an Du bist in der Basis Oder schießt du, Voodoo? Sicher? Nein, ich kann doch nicht schießen Weil das hat hier was geschossen Und, und, und Hera ist zu Hause Ah ne, das ist ja wieder Der Sound Delayed Ach Gott Stimmt Wärmertausche Brauchen wir sowas? Wir haben noch gar keinen, oder? Hier mit Hera? Na da? Gute Frage, ob man den braucht Hm, jetzt mal mit Brauchen wir, ähm, Kräutersamen Düngen, oder so? Oder haben wir genug? Soll ich mitnehmen, oder? Da lassen So Test? 1, 2, 3 Ja, wenn du Samen und so mitnimmst Ist es immer gut Weil, äh Im Brauch können Können wir halt Sachen herstellen Woraus wir wieder neue Sachen kriegen Nicht, dass der Boss hier draußen ist heute Ich hab Angst vor diesem Typen, ey Oh, ich kann ja überall hier reinschauen Pack ich mal eine Schein Gibt's mehr Sagst, essen wir's fertig Karottensuppe Lecker Lecker Schmecker Ne, das ist normaler draußen Ich hab's schon gehört Scheiße Scheiße, noch mal runter, ey Wahnsinn Krass Noch einer Und noch einer Ich weiß nicht, ob ich überhaupt so viel Munition hab Stirb doch endlich Oh, was ist jetzt das falsche Sieg? Oh Ich hab's rechts gedrückt Äh, das ist eine große Handelsbatterie Die 120er Ich hab' gerade mal reingeguckt Hä? Ja, dachte ich mir Das ist eine kleine eben Ist aber auch schon besser als die Die Autobatterie 20 mehr Auf 80 Wenn ich guck Die erst Die 120er eine ist voll Die zweite hat gerade 28 Knapp drin Ich glaub' wir müssen Also ich Ich muss nächstes Mal viel mehr Munition mitnehmen Die kommen nicht einmal irgendwo hin Ohne Schießen zu müssen Bogen bringt auch nicht viel Es gibt so viele Zombies jetzt überall Also lass mal die zwei erstmal vorladen Dann guck mal, oder? Würde ich sagen Die zwei großen Dann haben wir ja ein bisschen Puffer Ähm Diese eine Maschine Die da oben ist Kann ja auch nicht Andere Sachen herstellen, oder? Da muss ich vielleicht noch leeren erst Ich bin mir nicht sicher Ob die andere Sachen herstellen können Okay Jetzt traue ich mich nochmal zum Hafen Schau' Ob Der Typ vielleicht hier irgendwo ist Oder ich den vielleicht loswerden Werden kann Ich bin hier letztens losgeworden Der war ja auch am Am Hotel Bis jetzt sehe ich nicht Aber das gibt halt so Stellen Schon wieder geladen Es gibt halt so Stellen auf der Map Das ist dann glaube ich fest Safe Wird dann mich erschrecken Ich loot irgendwas Auf einmal ist er neben mir Vorhin habe ich ihn noch gesehen Aus der Range Jetzt ist halt hier so ein bisschen Alles so verzwickt Und dann kommen noch solche Sounds Immer Von vor 10 Minuten Autobatterie 60 Das ist auch aus dem Auto Ist ja klar Schon wieder fast voll Ich hätte mit dem leeren losgehen sollen Ungewöhnlich ist wenige Wenige Zombies auf einmal hier Ich habe dich vielleicht wen gelockt Oder resettet Weiß ich nicht Kaum sage ich das Höre ich welche Ist das der aktuelle Sound Oder ist das der Delayed Sound Und jetzt sind drei Stück hier Vier Stück Noch rennt keiner Doch du Bitte Du rennst Ich renne Gleich Ja Ich werde bestimmt gleich rennen So eine Batterie aus dem LKW rausnehmen Plastik Und das Draht Wieder Werkzeugkasten hier Ganz viele Werkzeugkasten Na klar Da geht es auch Schauen wir mal was hier drunter ist Motoren und Speer Ich bin eigentlich auch wegen Sprit da Aber ich kann das jetzt nicht loten Und das Dietrich Und das Auto ist draußen Oh Ganz viele Werkzeugkasten hier Oh Zu schwer Da ist auch noch was Yo Ich muss Ich komme Ich hoffe Ich komme zum Auto Ich muss da lang Da lang Okay Weiß noch Hast du die Eule gehört? Ja? Hast du gehört die Eule? Bestimmt so ein fettes Vieh Geil oder? Freust dich drauf Ich zeig da gleich meine Eule Letzter Kasten weiß ich gar nicht Da haben wir jetzt glaube ich genug Sprit Sprit Jetzt so viele Werkzeugkästen Motor Nehme ich jetzt auch nicht mit Oh Okay Ach das ist auch noch So was finden wir hier Was finden wir hier Oh Besinkarnister Schön Schön Wir brauchen da noch ganz viele Denn man kann gar nicht so viel Strom machen Mit 10 Liter Da kann man mit dem Auto mehr Kilometer Machen Mit dem Strom Das ist ein kleiner Container Alter Krass Wir hatten doch damals so viel Sprit und Benzin hier gefunden Aber das war da wo ich heute war unten in dem blauen Gebäude viel mehr Das war da viel mehr Ist das ein Öldampf oder was Wie riesig ist denn das Schiff hier Salve ist gut Oh Creme Oh Creme ist immer gut hier Alter was für ein Film Gags Hast du dir angeschaut Blaue Lagune Blaue Lagune Ja Was ist der Auto war 360 Okay Als Blaue Lagune muss ich irgendwie immer an Eis am Spiel denken Hab ich auch gesehen beides Ist genau so Ich spiel das ist ja auch auf dem europäischen offiziellen PVE Server Okay nice Ist da Da musst du aber schauen dass du dann weg kommst Bevor das Feuer kommt Ich habe zwei Stunden gebraucht Um ein fuhr Fahrzeug zu finden Ja Ist doch etwas schwieriger dann Cool Klingt nach einer schönen Geschichte hier Klingt nach einer schönen Geschichte hier Hast du Hast du den Hast du mal ein anderer Charakter oder was Oder kann man den gleichen Charakter mitnehmen Das ist mir schon so ein Hackie Aber cool Ist ja dann doch geklappt im Auto Der Saar ist Ja ja das dachte ich mir Dass es schon so ist Aber wer weiß Weil Ikarus ist ja auch nicht so Also hast du nochmal gelevelt Du bist ja wild Hast du ja schon angetan das Spiel Ich finde es auch cool Ich finde es auch nice Aber dann kann ich das hier mitnehmen Dass ich das letzte Ding war Oh ne Geht nicht wegen Gewicht Scheiße Ich kann nicht so viel mitnehmen Wegen Gewicht Ich mache es anders Ich nehme das alles mit Und nehme das Ding später mit Geht auch nicht Das geht mir aber leicht anders Davon funktioniert das zum Beispiel Nicht was ich dir heute gesagt habe Mit dieser Sendestation Okay Ja gibt es ja bestimmt Auch so Seasons Bestimmte Regeln und sowas Dann verändern die das Ganze Vielleicht gibt es ja auch Da Multiplikator von Ressourcen und so Kann mir auch vorstellen Wochenende Aber es spielen ja kaum welche Hast du gesagt Und wie ist jetzt das Schusssystem Von dem Spiel So im Nachhinein Ich fand stark Ich fand stark